Habt ihr schon mal Urlaub auf einem Hausboot gemacht? Das schwimmende Ferienhaus eignet sich besonders für Menschen, die gerne Urlaub auf dem Wasser machen, das aber fernab von den Touristenmassen. Wenn ihr sagt, mehr Action bitte, kein Problem, hier in der Destination Seaside finden alle Wassersportfans spannende Vorträge, Inspiration und natürlich attraktive Angebote für den nächsten Aktivurlaub. Das ist natürlich schon eine Inspiration, weil hier gibt es ja interessante Länderstände, die halt die Segelmöglichkeiten in Norwegen bis in die Karibik oder so vorstellen und das ist natürlich total spannend, mal zu sehen und sich so einen schönen Vorgeschmack da zu holen, wo man irgendwann auf eigenem Kiel dann auch hin segelt. Hier auf der Boot hat man eine gute Verbindung zwischen Equipment, Anbieter, Hersteller, neue Inspiration und natürlich neue Reiseziele. Einfach Sachen entdecken, die ich noch nicht so auf dem Schirm habe, ist so ein bisschen schöner als im Internet zu recherchieren und mich beraten zu lassen, zu welchem Wassersport jetzt welche Destination ganz gut passt. Ich will das Wingvollen jetzt neu lernen und suche ja eigentlich einen schönen Urlaub, wo ich das lernen kann. Auf der Boot Düsseldorf könnt ihr eure nächste Reise oder den Turn nicht nur planen, sondern wenn ihr wollt sogar direkt buchen.